Ja, guten Morgen. Es ist noch früh. Man wackelt sich hier so über den Balken. Aber der Sonnenaufgang, den musste ich mir einfach anschauen. Seitdem die Sonne so lange weg war. Und jetzt werden wir langsam mit ein bisschen Balance wach. Warum wackelt das Ding so? Ich bin schon zwei Stunden auf und es wird einfach nicht warm. Aber die Sonne kommt raus und mein heutiger Ausblick ist gigantophastisch. Es wird ein guter Tag. Jetzt kommt ein Bus. Guckt mal, ich habe mich neu arrangiert mit meinem Obst-Gemüse-Fach hier. Mit einer Kiste. Und jetzt kommt die Testphase, ob das auch wirklich während der Fahrrad hält. Guckt mal, da ist Sonne. Und richtig salzige Scheiben. Uiuiui. Steppvisite überall. Kurz mal reingucken, wie es so ausschaut. Bisschen müllig, aber schön. Um zu wissen, wo man dann nächstes Mal noch mal halten kann. Für Wohnmobile hier übrigens verboten. Aber ich bin hier nicht alleine. Da sind noch mehr. Die Einfahrt meine ich. Oh, guck mal, das Wasser. Wir sind jetzt hier in so einer Bucht und das ist, ja man nennt es auch ein See. Aber es ist eigentlich mehr. Aber ja, hier kommen keine Wellen an. Coole Sache. So, kurzer Zwischenstopp. Ich musste nämlich auf Klo, nachdem ich so lange gefahren bin. Und ich dachte mir, das mache ich einfach mal hier am Strand. Und die Leute rennen hier mit langen Sachen rum. Mir ist richtig warm. Aber ja, nur ein Stückchen weiter, dann habe ich es auch endlich geschafft. Guckt euch das Wetter an. Na heiß, na heiß, na heiß. Was passiert hier? Hier wird ein Willkommenscocktail gemischt, der gleich am Strand getrunken wird. Ich habe meine Destination erreicht. Ich könnte im Kissen mal an den Strand chillen. Ich hoffe, das ist cool. Ja, es ist hier sehr verfallen alles. Es ist mir auch lange keiner irgendwie entgegengekommen. Also ich bin wirklich irgendwo im Nirgendwo. Der Strand ist auch noch komplett unaufgeräumt. Und ich habe mich jetzt einfach in eine Sackkasse reingestellt. Und ja, mal gucken, wie lange ich hier bleibe. Verrückt. Nachdem ich mich hierhin gechillt habe mit meinem geilen Sitzsack mitten an dem Strand im Nirgendwo, habe ich mich entschlossen, nachdem ich meine Sommerrolle gegessen habe und ein bisschen am Handy war. Ich brauche einen zweiten Pullover und meinen Schal. Es ist so kalt. Aber es ist schön. Naja, ziemlich viel Treibbrut. Aber das stört mich nicht. So, zwei Hosen und zwei Pullover mit Schal. Eine neue Sommerrolle. Und es geht in die nächste Runde. Wupp, wupp. Gewinne, Gewinne. Hallo. Ich bin immer noch am Strand. Und ich habe immer noch hier, das ist jetzt mein Windschutz, das Schlafsack. Ich bin immer noch dick eingemummelt. Aber ich genieße es gerade. Das ist sehr cool. Ich kann es endlich genießen hier mit meinem Sitzsack. Juhu. Jetzt verschwindet die Sonne langsam hinter den Wolken. Und es wird ein ganz schönes Abendlicht geben, denke ich mal. Ich freue mich drauf. Boah, so am Abend wird es ja noch rammontischer hier. Wow, guck mal. Bye.